Herzlich Willkommen bei Eumelie LP zu einem neuen Part von The Whispered World. Im letzten Part waren wir ja bei den Ruinen. Da gab es ein Erdbeben, dann haben wir uns hier im Wohnwagen umgeschaut, haben ein paar Gespräche mit Ben und dem Opa gehabt. Und jetzt muss ich mal gucken, was haben wir denn eigentlich im Inventar. Ah ja, wir haben die Bärenkralle noch abgestoppt. Genau, Bobby wurde entführt, nehme ich mal an, mit Messer und Bomben attackiert. Die Mütze ist beim Erdbeben runtergefallen, die Schildkröte hatten wir in der Ruine gefunden und die hat sich irgendwie zusammengefummelt, keine Ahnung mehr. Den Kescher haben wir, eine Kräte haben wir, haben wir sonst noch was? Ah ja, Karte, Kompass und Gebiss haben wir noch. Und einen Zettel und eine Schaufel und eine Schatulle und mehr ist es dann auch nicht. Das musste ich jetzt erstmal nachgucken, damit ich überhaupt weiß, wo ich gerade so bin. Ja, genau. Also, Bobby wurde entführt. Wir suchen immer noch nach dieser Shana, die uns die Träume deuten soll. Und ja, haben hier einiges erfahren. Vor allem von der vollbelebten Vergangenheit vom Opa, der, wie war es, in einem Tätowierungsshop geheiratet hat und sich Gilsa oder was auf dem Popo hat tätowieren lassen. Also, ich fand das sehr lustig. Ähm, ja, wir suchen die Schana und wir brauchen noch das ein oder andere, um die zu finden, denke ich mal. Hm, wir gehen einfach nochmal los. Komm, Zettwick, Abmarsch. Hi, Spot. Ich find Spot so süß. Diese kleine Raupe hätte ich auch gerne. So, wir waren schon an dem Baum. Da haben wir festgestellt, wir brauchen irgendwie ein Gefäß, um den Harz aus diesem Baum zu kriegen, wo wir den Pop, also diesen Korken reingepackt haben. Bei den Ruinen, ah, da könnten wir jetzt vielleicht mit dem Messer was anfangen, für den Busch da wegzuschnippeln. Wo wir aber auch noch überhaupt nicht waren, ist hier bei den Höhlen. Ich denke mal, wir gehen jetzt zuerst in Richtung Höhle. Da waren wir nämlich noch gar nicht und da wollen wir mal gucken. Was es hier zu entdecken gibt, will ich auch noch was Wichtiges. Oh, Totem. Ah, ein schönes Herbstblatt. Oh, wie schön. Ich find diese Farben von den Herbstbäumen so toll. Ich mag den Herbst, also allein wegen den Farben vom Wetter her dann ansonsten nicht unbedingt. Totem, 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 Totem. Ah, und da hinten geht's noch weiter. Okay, sonst noch irgendwas? Hm, ne, sieht nicht so aus, als wäre da noch was. Ja, dann guck mal die Totems an da. Ja, schau mal hin. Das hier scheint eine Art Kultstätte zu sein. Ein Friedhof? Hm, nein, wohl eher eine Opferstelle. Mhm. Kannst du damit irgendwas machen? Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hast. Och, ja, stimmt, so gesehen. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hast. Gut, okay, was haben wir denn hier? Ah, ne Schüssel. Schüssel ist gut. Es scheint eine Art Behälter für Opfergaben zu sein. Okay, kann man das, kann man da, was kann man denn? Da spucke ich lieber nicht rein. Ich will nicht noch eine Gottheit erzürnen. Aus irgendeinem Grunde scheinen die ohnehin schon alle sauer auf mich zu sein. Och, Gott schön, armer Sedwig. Nein, die Schüssel ist fest mit dieser steinernen Totemfigur verbunden. Mhm, okay. Und bei dem Totem sagst du wahrscheinlich wieder das Gleiche. Mal gucken. Das hier scheint eine Art Einfriedhof, wohl eher eine Opfer. Ja, gut, okay. Also ich nehme mal an, da kann man nichts mitmachen. Gut, dann gucken wir doch mal, wo es da hingeht. Mhm, mhm, mhm. Öh! Öh, ja. Sieht Sieht nicht allzu hübsch aus. Und vor allem hier. Ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid. Ich mag Spinnen nicht. Und wir kriegen ein schönes Furz-Konzert. Oh Gott, was ist das da? Guck mal. Die Natur bringt die wunderlichsten Arten hervor. Und manchmal habe ich den Eindruck, sie tut das nur, um mich zu ärgern. Okay. Kann man mit dem Pilz was machen? Nein, danke. Diese Pilze riechen nicht wie irgendetwas, das man essen sollte. Mh, ja, das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, die bürfen ganz gut. Nach Feulnisgasen und so. Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Okay. Und was ist hier mit? Was hälst du denn von einem solch riesen Spinnennetz? Ähm. Uh. Okay. Das war gerade der Augenblick, in dem meine Verdrängungsmechanismen eingesetzt haben. Ich werde im Folgenden nicht mehr darüber reflektieren, dass noch niemals irgendwo ein Spinnennetz einfach so entstanden ist. Ohne eine entsprechende Spinne. Äh, ja, ich meine, ja, ich finde es auch nicht so berauschend, wenn ich mir vorstelle, was da vielleicht hinten dran rumkrabbelt. Ähm, ja, wir gucken trotzdem mal. Frische Spinnweben zu essen soll gesund sein, aber ich glaube, das gilt nur, solange die Spinne kleiner ist als du. Ja gut, wir wissen nicht, wie groß die ist und wie lange die an dem Netz gewebt hat, aber es sieht nach was Größerem aus, gebe ich ihm recht. Ich möchte der Spinne vielleicht auch nicht unbedingt begegnen, aber vielleicht müssen wir trotzdem da durch. Da liegt vielleicht irgendwo was, was wir brauchen können. Komm, mach mal. Ja, natürlich würde ich das Netz auch mit bloßen Händen zerreißen, aber ich habe da diesen Splitter im Finger und das Netz sieht wirklich stark aus. Und es hat vor allem nichts mit meiner Spinnenphobie zu tun. Nein, gar nicht, Sandvik. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich würde da auch nicht dran rumrupfen wollen. Äh, ja, das erinnert mich gerade ganz duster an unseren Keller früher. Ähm, dunkel und auch mit Spinnweben und gut, wir hatten keine, ähm, Fäulnisgase ausspuckenden Pilze. Ähm, ja, aber wir müssen da wahrscheinlich durch. Es hilft ja alles nichts. Ähm, also mit den Händen willst du nicht. Ja, dann gucken wir mal, was haben wir denn da? Vielleicht hier mit diesem genialen Gebiss. Wozu kann man denn das Gebiss gebrauchen? Das nehmen wir jetzt mal. Da gucken wir mal, vielleicht geht's da mit. Mal sehen. Okay. Das war da nichts. Ähm, vielleicht die Schaufel. Da kann man doch so ein Spinnennetz mit zerhacken, oder? Guck mal. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Hm. Okay, wir haben ja noch andere schöne Sachen, ne? Das wird uns nichts helfen. Äh, komm. Ein Messer. Das müsste doch wohl genügen, um da in dieses Spinnennetz ein Loch reinzuschnüppeln. Kommst du mal her, du Messer. Hey. Hallöchen. Hallöchen. Komm her. Messer. Und ran an das Netz. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Auch nicht mit dem Messer. Hm. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Jetzt fällt mir aber auch nichts mehr ein. Bomben. Hm. Weiß nicht. Bomben. Wo probieren wir es mal? Hm. Ja. Die Idee ist nicht schlecht. Aber ich habe Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Vielleicht sollte ich mir doch lieber etwas weniger Explosives überlegen. Gebt mich ihm recht. Okay. Wir haben ja unseren Spot. Vielleicht kann Spot da irgendwie was machen. Der Spot scheint gar nicht registriert zu haben, was uns jetzt alles noch bevorsteht. Himmel. Wo soll das alles bloß enden? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Du hast mich da in ganz schön was reingeritten. Weißt du das? Wenn du nur einmal mit dem Kopf denken würdest, anstatt mit dem Magen. Ich hoffe, nur wir finden bald diese Shana. Die wird schon wissen, was zu tun ist. Ja, das hoffe ich auch. Er hat ja leider Gottes den Flüsterstein verschluckt. So. Können wir mit Spot vielleicht... Ähm... Hallo? Bitte. Nehmen. Und, naja, vielleicht als Raupe? Tja, Spot. Der Weg ist versperrt. Was soll's. Wahrscheinlich müssen wir hier sowieso nicht durch. Was? Ich bin nicht feige. Ich blicke nur etwas tiefer in die Bedenkenkiste als andere. Hm. Hm. Also so nicht. Aber wir können Spot ja vielleicht... Äh... Moment. Er hat doch so eine schöne dicke Form. Hey. Ah. Ne. Erstmal ablegen. Kugel dich mal. Vielleicht können wir dich dann ins Netz schmeißen. Hey, Spot. Ich habe eine Idee. Du könntest doch den Köder spielen und... Ja. Weiter bin ich noch nicht mit meinem Plan. Aber man kann schon erkennen, dass er einiges an Potenzial hat, nicht wahr? Oh, nö. Ne. Gut. Okay. Dann gehen wir erstmal raus. Ich glaube, hier können wir momentan nicht viel machen. Ich gucke aber nochmal nach, ob ich auch nichts übersehen habe. Ne. Ah. Da. Da. Ist auch nur ein Pilz. Pilz. Spinnennetz. Pilz. Pilz. Okay. Mit den Pilzen können wir auch nichts machen. Alla. Dann komm. Dann weiß ich hier noch nicht weiter. Ich bin nur froh, dass uns nicht gerade eine Riesenspinne entgegenkam. Die Schüssel wäre aber doch noch irgendwie interessant. Können wir denn da irgendwie Spot draufschmeißen? So als dicke Kugel in die Opferschale werfen? Ist gemein, ne? Aber wir probieren es mal. Probier. Hm. Das könnte klappen. Spot als Opfer. Oh ja. Der arme Spot. Götteropfer. Komm mal her, Spot. Und... Häpp. Ah. Okay. Ja, super. Wir haben eine Schüssel gefunden. Na, immerhin. Und so. Es war hier auch nichts mehr, ne? Nur diese Totems, mit denen wir nichts machen können. Okay. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Danke, Spot. Du bist gut als Kugel. Jetzt haben wir eine Schüssel. Vielleicht können wir mit der Schüssel... Ähm... Beim Baum das Harz irgendwie... Da brauchte er doch einen Behälter. Wir gehen mal zum Baum. Gucken. So. Hier. Ähm... Wo ist das mit dem Harz? Ist das noch da? Harz. Harz. Wo ist das Harz? Hä? Bin ich jetzt blind? Baum? Ähm. Ach da. Harz. Okay. Gucken wir mal, ob wir mit der Schüssel da weiterkommen. Weil alles andere hatte ja nicht geklappt. Äh... Harz. Wo bist du jetzt wieder da? Gibt das? Ah. Und? Jetzt haben wir eine Schüssel voll Harz, oder was? Äh... Ganz schön harzig. Mhm. Gut. Was können wir damit machen? Nein. Seit Opas letztem Harzer Leberkäse habe ich erst einmal genug von Harz. Mein Bauch fühlt sich noch immer ganz klebrig an. Mhm. Okay. Gut. Ähm... Ja. Hm. Was könnte man mit dem Harz anstellen? Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Na, mal gucken. Fällt uns auch noch ein. Wir gehen jetzt erst mal wieder... Hopp. Weiter geht's. Ab zu den Ruinen. Wir haben ja noch das Messer, wie gesagt, im Gepäck. Und dann gucken wir mal, ob wir damit vielleicht den Busch vor dem Tor wegschneiden können. Vielleicht fällt uns dann auch noch was zu dem Harz ein. Da ist nichts Neues. Das ist alles gut. Gehen wir mal zu dem Busch. Äh... Ja. Guck den nochmal an. Da hinten scheint es eine Art Weg zu geben. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Mhm. Da würde ich mal das Messer ausprobieren wollen. Müsste doch gehen. Hey. Das Messer her. Äh... Na dann mal los. Ha. Ha. Wusste ich es doch. Hier hinten führt ein zugewachsener Weg tiefer ins Tal. Shana, ich komme. Ja. Ja. Prima. Supi gemacht. Auf geht's. Dann wandert mal. Oh, über die Brücke. Komm schon Spot, nicht trödeln. Nicht trödeln. Erinnert mich an bestimmten Filmen. Nicht trödeln. Oh. Wo sind wir denn jetzt? Die Brücke ist immer rüber. Okay. Da qualmt es irgendwie. Ach, das ist der Wasserfall. Ich dachte eben schon, was ist das? Ein schöner, riesiger Baum. Hm. Irgendwas im Wasser drin? Nö. Eine, ja... Tür mit nichts dran. Und... Oh. Steinbrüder. Ja, da gehen wir mal hin. Komm mal her. Hey, wen haben wir denn da? Was? Wo denn? Ich sehe nichts. Da ist ein Typ im Clowns-Kostüm. Nimm mich nicht schon wieder auf den Arm. Du weißt doch, dass ich mich nicht umdrehen kann. Hahaha. Das sind das sprechende Steine. Ob die verzaubert sind. So wie der Frosch im Froschkönig. Ähm, der dann doch ein Prinz war, wenn man ihn geküsst hat. Ey, ich finde das Spiel das so genial bis jetzt. Na, dann fragen wir mal, wer denn das ist. Wer seid ihr? Wir sind Steine. Ach, ist das so. Ja. Ich bin Ralf. Und da hinten ist Ingo. Er ist mein Halbbruder. Hey, ich bin nicht dein Halbbruder. Ich bin dein Bruder. Ja, aber wir sind zu zweit. Und Bruder geteilt durch zwei, das ergibt Halbbruder. Bist du dir das sicher? Na klar, aber ich kann gerne nochmal auf meinem Rechenschieber nachsehen. Oh, das wäre super. Jep. Halbbruder. Wobei ich mehr Hirner bekommen habe und du mehr Stein. Und das sagt dir alles der Rechenschieber? Ja, hier steht's. Mann. Ich würde auch gerne mal da drauf gucken. So ein Ärger, dass ich mich nicht umdrehen kann. Was sind denn das für Steine? Ich lach mich tot. Ja, also nur mal zur Information. Wenn der Stein nicht gerade in zwei Hälften gespalten worden ist, seid ihr Brüder. Weil dann ist das ein Stein und ein Stein. Und nicht ein großer geteilt durch. Also naja, gut. Egal. Aber einen Rechenschieber habe ich eben auch nicht gesehen. Also die sind ja echt lustig. Da wollen wir doch mal gucken, was die da so machen. Hm. Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau. Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das klingt fast zu langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Wieso denn langweilig? Wir liegen hier rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Die Welt zu unterjochen oder ähnliches. Ingo. Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nichts, aber auch gar nichts kannst du für dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Es kommt mir wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Hä? Also, ja, interessant, was so Steine alles planen, vorhaben. Oder, äh, ja. Ähm. Ja, die Welt unterjochen und regieren und keine Ahnung. Hm. Von dem Stein. Na gut, wenn die sprechen können, wer weiß, was die sonst noch drauf haben. Äh. Die Welt unterjochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam. Sagte der sprechende Stein. Jo. Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit Stein einer Faust. Genau. Wie auch sonst, sind ja Steine, ne? Okay. Und nur zur Information. Ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist? Einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnabel. Hey, Ingo. Was ist denn das da vorne? Wo? Wo? Es scheint mir eine saftige Wiese zu sein. Oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen. Es leuchtet so grün. Was ist es? Sag's schon. Hey, Moment. Jetzt kann ich es doch erkennen. Ja, genau. Es ist sein Schnabel. Habt ihr es bald? Ich wollte mich eigentlich noch von anderen Dingen beleidigen lassen. Einer Wurzel, einem Blätterhaufen. Oh, du willst wohl widersprechen, hm? Du wirst wohl nicht gern für ein Grünschnabel gehalten. Oh ja, ihr habt mich durchschaut. Es ist mir nämlich ausgesprochen wichtig, was zwei Steine am Wegesrand von mir denken. Du könntest uns ja das Gegenteil beweisen. Würde mich sehr wundern, wenn er es schafft. Wir sollten ihm wenigstens eine Chance geben, Ralf. Na gut. Dann stelle ich ihm die Fragen. Auch wenn ich mir sicher bin, dass er sich nur blamieren wird. Wir werden sie. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf! Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn! Shana ist natürlich ein Vogel. Du ehrst dich? Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Äh, ja. Das ist die, wo wir jetzt hinwollen. Ähm. Ähm. Ja, das ist gut. Also, so wie es aussieht, scheint ja Ingo, ähm, eher so ein bisschen der Mund locker zu sein. Nein, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er die Wahrheit sagt und tippe mal darauf, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Mal gucken. Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Denkst du das also, hm? Interessant? Stell ihm die zweite Frage. Ja. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben Mehraugen? Das ist leicht. Es sind natürlich neun. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehraugen haben natürlich nicht neun, sondern elf Augen. Die Antwort ist neun. Ich bleibe dabei. Nein, es sind elf. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Mehrauge? Ähm. Ich habe noch keins gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Augen das hat. Äh, äh, ähm. Ene, mene, miste. Was wappelt in der Kiste? Ach, ich nehme mal die elf. Elf. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut. Drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es. Ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch. Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Hm. In der Mitte des Sees oder in einer Höhle? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ist Kalida das, äh, ähm, was da in der Höhle haust. Die spinne Kalida oder irgend sowas. Wir sagen mal in der Höhle. In einer Höhle. Ha! Du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Ich glaube, das sind Fangfragen. So, ähm, ja, das wäre doch mal eine schöne Idee. Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich. Wir lassen uns nicht herumschubsen. Von niemandem. Also, ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen da drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine. Wir brauchen keine Hilfe. Aber Ralf, der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich schon seit Jahren auf einem Spitzenstock. Ich mag aus Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen. Und dabei bleibt es. Also, diesen Ralf mag ich ja gar nicht. Am liebsten würde ich die jetzt nehmen und ins Wasser schmeißen. Das wär's doch, oder? Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir die noch. Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Ähm, du Ralf? Mann, wird die sich freuen. Ähm, du Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal, welche Hütte denn? Da steht nur eine Tür. Was? So ein Unsinn. Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine. Schon seit langem. Aber wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor acht Jahren? Drei Monaten und 25 Tagen? Natürlich. Ich bin ein Stein. Nein, ich vergesse nie etwas. Tja, dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob. Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion. Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein. Den Termiten. War klar. Okay, Termitenfarm. Ich frage mich, wie er das gemacht hat als Stein. Aber na gut, ich denke mal gerade an die, ähm, wie hieß das, unendliche Geschichte mit dem Felsenbeißer und so. Irgendwie erinnern die zwei Steine mich da dran, würde es halt kleiner sind. Ja gut, okay. Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein. Sie wohnt noch hier. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht? Jetzt hast du's. Oh Mann. Ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Okay, probieren wir das doch mal. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Joa. Solange ihr nicht zu fliegenden Steinen oder laufenden Steinen oder was auch immer werdet, ist das ja kein Thema. So, jetzt, ähm, gucken wir mal. Ja, gucken wir uns mal die Tür da an. Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Hm. Mal sehen.